Hallo, was geht ab? Hast du mir Blumen mitgebracht? Nee. Ja, seit wann schreiben wir dann SMS? Wenn ich telefoniere, kommt bei mir kein WhatsApp durch. Und deswegen schreibe ich dir per SMS. Komm im 19. Jahrhundert. Jetzt mal schicke ich dir einen Fuchs. Einen Brieftaube. Kennst du noch? Ich bin eine Zeit lang. Robin Hood, Helden und Sturmfosen. Und damit herzlich willkommen hier zum Mittwochs Gruß Nummer... Nummer Mittwochs Gruß. Es könnte die 10 sein. Ja. Und was machen wir heute? Wir machen heute ein bisschen Agent Vorbereitung. Und ich würde euch allen raten, kommt zu uns an den Merch. Weil, wenn ihr das ja seht gerade, dann sind wir ja quasi schon auf dem Weg. Oder vielleicht sogar schon da. Und man munkelt. Wir haben das ein oder andere Gerstensäftchen bei uns an den Merch. Für dich. Oder für dich. Ja. Auf jeden Fall für mich. Und für mich. Genau. Ja, und was wir alles so für die Gond brauchen und was wir da so mitnehmen und wie wir uns darauf vorbereiten, das zeigen wir euch heute mal. Und schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr so alles mitnehmt zur Gond. Würde uns mal interessieren. Vielleicht vergessen wir ja irgendwas oder haben wir irgendwas vergessen. Weil wenn ihr die Kommentare schreibt, dann sind wir ja schon da. Aber wir können auch reagieren und können auch einkaufen. Dann vor Ort. Also schreibt mal fleißig mal ein bisschen Kommentare hier. Da seid ihr nämlich auch noch ein bisschen faul, muss ich sagen. Ja, aber wir können ja auch auf die guten alten Zeiten, wenn Martin möchte ja einen Radler trinken. Und auf die guten alten Zeiten können wir doch bei Lidl mal so einen Plastikflaschenradler holen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Der Perlenbacher. Genau, Perlenbacher, Gold, Lemon. Nee, Lemon. Gold war das andere. Achso. Na von mir aus. Ansonsten sind wir heute noch im Zeichen der Liebe unterwegs. Aber dazu später mehr. Ach, nicht in diesem Video. Ja, bis später. So, und da sind wir im Proberaum eingekommen. Und was nehmen wir alles mit zur Gond? Also am wichtigsten sind erstmal die Sachen hier. Die Leute. Oh, du kannst echt zaubern, Alter. Ein Donnerknisper. Der hat aus einer Flasche Jacky, hat er zwei gemacht. Kann die auch verschwinden lassen. Ich wollte sagen, er kann aus zwei auch keine machen. Ja, dann nehmen wir ihn hier mit. Hi. Maushilf, Vince. Tucci, klar. Mich nimmst du da mit. Ach nee, Tucci kommt später. Ja. Okay, was brauchen wir noch für die Gond? Was brauchen wir noch? Wir brauchen unsere Instrumente. Da die Gitarren und so Zeug. Jetzt kommt er mal mit in unser Kabuff. Denn wir brauchen für die Gond, brauchen wir immer noch so Kleinigkeiten. Und zwar, hier. Das ist ein Pfeilpavillon. Der ist sechs mal drei Meter groß. Da machen wir nämlich den Merch drin. Und dann, nehmen wir noch dieses Regal hier mit. Denn dort stellen wir unseren Fernseher drauf. Ein Fernseher auf der Gond? Warum das denn? Hier. Und zwar wird dort schön permanent Tourwerbung laufen. Ach, und bei der Gelegenheit können wir ja gleich mal gucken, ob der USB-Stick passt. Ob das funktioniert. Weil bei mir zu Hause hat's nicht funktioniert. Wo ist denn hier der USB-Anschluss? Guck mal, ein hässlich. Guck mal, ein fett. Ja, ja, ja. USB, USB. Das ist ganz schön hot. Guck mal, ein hässlich. Guck mal, ein fett. Guck mal, ein hässlich. Guck mal, ein fett. Ja, ja, ja. USB, USB. Juhu. Funktioniert. Ja, prima. Also, den Fernseher nehmen wir mit. Dann nehmen wir noch mit, äh... Hier hab ich immer noch nicht gesehen. Hier? Dann nehmen wir noch das Board mit. Boah, genau. Und dann kommen wir mit, weil wir noch mitnehmen. Ist nämlich folgendes. Und zwar... Bierzeitgarnituren. Zwei Stück an der Zahl. Und einen völlig versifften... Kühlschrank. Ja, brauchen wir sonst noch was für die Gond? Nö. Ich hab eigentlich gar keinen Bock, äh, das ist wieder so anstrengend. Sagte er, währenddem er gerade jetzt in diesem Moment auf der Autobahn sitzt und diese... Die Schlöge! Die Schlöge! Und diese Rumpflasche, äh, halbleer ist mittlerweile. Trägt diese Gond nix. Es ist doch nur eine Flasche rum. Nicht zwei. Was soll denn da passiert? Da gibt's Ads, Mann! Es gibt für alles Ads! Es gibt Ads! Es gibt für alle Ads! 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 Das war's. Ich muss über diese Situation erstmal nachdenken. Also für die Leute, für die Leute, die also gerade auf dem Weg zu Gon sind oder morgen zu Gon fahren, nochmal für euch alle um 17 Uhr Stage Time, Hauptbüro. Ich bin der Dreiviertelstunde, also seid pünktlich und nach dem Gig sehen wir uns auf jeden Fall am Merch. Dort wird Vincent sein. Hier, ja. Vincent, heißt er, der gute Mann. Und ihr wollt euch allen einblasen. Der Paul bringt seine Nintendo Switch mit und dann machen wir bei uns am Merch Mario Kart saufen. Über Fernseher. Da wird gezockt, über die Glotze und dann wird Paul sich euren Herausforderungen stellen. Ja, klar. Wird gegen euch alle Mario Kart zocken, Alter. Macht euch alle Platten. Paul ist der schnellste Mario Kart Fahrer. Jetzt halt doch mal die Fresse, ey. So, hier den Kanal abonnieren, hier das Video von letzter Woche, und hier ist Vincent. Hi. Und wir sehen uns auf der Gond. Paul, winke winke. Mach die Scheiße! Mach die Scheiße!